Servus, würde ich sagen, mache ich heute mal wieder ein Blitz-Review und wir halten die Sache kurz eben mit den Tribit FlyBuds, die in etwa 50 Euro kosten, wobei mittlerweile der Preis auch 65 hoch ist bei Amazon. Muss ich sagen, gefällt mir eigentlich das Case ganz gut, weil es relativ hochwertig wirkt, hat USB-C, ist nicht allzu groß, hat auch zwei LEDs, auch wenn die jetzt nicht so viel bringen, ist auch das mattschwarze Finish der O-Hörer ganz okay. Also generell von der Verarbeitung gibt es da nichts zu bemängeln, leider sind es halt kapazitive Tasten, wo ich nicht so der Fan von bin und vom Komfort sage ich einfach mal, sind die okay, nicht mehr und nicht weniger. Sie sind jetzt nicht super bequem, aber super unauffällig sind sie auch nicht, aber es geht, sie sitzen relativ sicher, relativ leicht, passt alles. Isolierung ist so auf einem mittelmäßigen Niveau, ja dann bei den Codecs gibt es eben immerhin AC, also besser als nur SBC, also vom Versatz her sollte das okay sein, Qualität passt dann auch. Haben wir dann noch ein minimales Rücken und Rauschen, was kein Problem darstellen sollte, Verbindung selbst war stabil und dann eben noch eine Akkulaufzeit von bei maximaler Lautstärke, also für mich eben Normallautstärke, weil die nicht so laut können, also nicht laut genug für mich, bei etwa dreieinhalb Stunden und bei moderater Lautstärke dann etwa vier Stunden. Und das bei einem Klang, wenn ich zu diesem jetzt schon komme, der mich nicht wirklich vom Hocker haut, also leicht angehobener Bass, aber wirklich dezent sogar noch, allerdings ein bisschen auch dumpfe Höhen, sind für mich die mitten hier ein bisschen das Problem. Die sind nicht wirklich sauber und da fehlt mir einfach der Dampf dahinter und der ganze Klang klingt ein bisschen, ja so relativ fade, also ich bin da irgendwie nie wirklich mit warm gekommen. Ich habe die gehört auf maximaler Lautstärke und denke mir so, ja okay, aber gerade so im Mittenbereich, da fehlt mir irgendwie die Fülle und die Energie und des Klangs und so weiter. Also deswegen, rein klanglich kann ich da einfach nichts groß dran sehen, deswegen für kein Genre jetzt wirklich genial, aber für kein Genre wirklich schlecht, also es ist so, geht so vom Klang. Absolut anders kann ich das nicht sagen und deswegen habe ich auch im Vergleich zu ein paar meiner Kollegen da eher Probleme zu empfehlen, denn für 65 kann ich schon mal gar nicht sagen, dass ich das okay finde. Und selbst für 50 könnte ich sagen, okay Amazon in Deutschland und so direkt vielleicht eher, aber gerade wenn wir dann in Richtung Importe gehen und so weiter, haben die Dinger irgendwie keine Daseinsberechtigung mehr. Also für das Geld, also meiner Meinung nach sollten sie maximal 30 Euro kosten, einfach weil heutzutage bei dem aktuellen Standard, gerade beim Porten mittlerweile schon APTX der Standard ist, Akkulaufzeiten von fast dem Doppelten und einen besseren Komfort oder irgendwas Besonderem, auch eine bessere Bedienung oder so weiter. Also der macht nichts wirklich schlecht, aber auch definitiv nichts wirklich gut und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Konkurrenz gibt es wie Sand am Meer und ja, das ist so einer der kleinen Sandkörner, die weiter unten keiner wirklich beachten muss. Ja, das war es, ein nüchternes Ergebnis, aber er war auch ein sehr nüchternder Kopfhörer, nachdem ich mir eigentlich von den Tribbles in der Vergangenheit, also gerade dem Overview eigentlich, ja, 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 ciao.